Für den Anfang, das möchte ich all den vier Kollegen gleich sagen, das ist ein mit Recht gefürchteter Anfang, weil niemand so recht weiß, wann er anfangen soll. Irgendwann, der Dirigent gibt zwei, aber wann nun? Machen Sie etwas, was ganz gegen die Schule ist. Dirigieren Sie so, als sei der Anfang, die erste Note ein Eins. Die, 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 machen Sie es mal, nur die Geigen, nur die Geigen, sehen Sie mal zu. War es problematisch einzusetzen? Nein, nicht. Aber jetzt zeige ich, wie es problematisch wird. Und wenn Sie zeigen, die Note, mit der man einsetzt, ist gar kein Problem. Machen Sie das mal. Hat es Ihnen so gefallen? Ja. So, gut, gut, das wollte ich schon wissen. Es muss Ihnen gefallen, denn sonst müssen Sie so lange das Orchester quälen, bis es Ihnen gefällt. Ich hätte die Geigen noch gebeten, ein ganz klein bisschen länger und gefühlvoller, die Viertel. Ich habe mal in einer Probe, wo ich das nicht rausbekam, einen Text dazu erfunden. So, einfach so. Lebe wohl, mein Freund, ich muss, ich lebe wohl, mein Freund, ich muss, jetzt fort. Lebe wohl, mein Freund, nun muss ich fort. Spielen Sie mal mit, mit viel Gefühl in den Auftakten. Machen Sie nochmal und dirigieren Sie, dann stellen Sie sich gleich richtig hin. Spielen Sie mal mit, mit viel Gefühl in den Auftakten. Spielen Sie mal mit, mit viel Gefühl in den Auftakten.